Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed mit mir The Gentleman. Wir machen gerade ein wenig Tabula Rasa. Wir machen gerade ein wenig Tabula Rasa. Und anscheinend hat Jack inzwischen die Kontrolle über die Rooks übernommen. Deshalb wäre gerade das, was unser Bruder hier aufgebaut hat, mehr oder minder am Einreißen sind. Was ein bisschen schade ist. Wir machen gerade ein wenig Tabula Rasa. Oh 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 Man muss es ja nicht immer so lautstark machen Oh 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 wenn ich recht davon aus gehe wenn ich mich nicht wieder hier hoch und auch so haben wir die nächste Mission ganz einfach wieder erledigt.